Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 2. Wir sind hier im, wo sind wir eigentlich genau, ähm, Clay's Products Chemical Corporation. Wir haben hier gerade den Mann gefunden und eigentlich sind wir hierfür hier. Ich habe mit dem Lastpartner nicht gemerkt, dass ich schon fast, also dass ich ihn schon ziemlich weit überzogen habe. Und jetzt können wir damit zurück zu Korbani. Der kann dann im Dschungel das Laub entfernen, was bestimmt sehr gut für die Umwelt ist. Wo soll ich denn treffen? Ich bin, Alter, ganz unten. Hallo. Okay. Dann bringen wir jetzt das Entlaubungsmittel zu Korbani, damit er halt den Wald entlauben kann, damit die jener weniger Deckung haben. Und ja, dann mal gucken, ob das so gut für die Umwelt ist. Da vorne ist auf jeden Fall so ein... Den habe ich auch gesehen. Ich wollte nur erstmal die, ähm, vom Auto weghalten. Weil das Auto ist gefährlicher als Menschen. Weil da können die mich einfach, ähm, überfahren. Gucke ich mal kurz, ob das hier, ob der hier vielleicht einen Sniper hatte, weil ich glaube, der sah aus wie ein Sniper. Also die sehen halt, haben halt nicht irgendwie bestimmte Skins oder so, aber wenn ich Sniper sehe, sieht der meiste ihm ähnlich. Oh, hier ist da auch schon ein. Irgendwas. Ist es so auf dem Dach wieder? Natürlich. Okay, wir können über den Stein springen oder wie vor so bei unser Auto? Perfekt. Schon wieder 90 Diamanten, ey. Also ich könnte 45 investieren für den Stealth Suit und würde dann noch 45 überhaben. So, dem auf jeden Fall war das mal schossen. Ähm, Munition können wir ja gebrauchen. Also hier, Snipergürtel wäre schon echt nice. Okay, da ist das Erfhielt. Wusste ich natürlich. Ähm, dann fahre ich einmal hier rechts rum. Dann vermutlich durch die Savanne oder Wüste. Oh. Das war nicht mein Plan, dagegen zu fahren. Und dann können wir hier an den Steinen lang fahren. Au. Also nicht wirklich au, aber hat ja nicht so gut geklappt. Da langst du fahren, dann könnte ich das Haus nehmen. Das ist doch mein Plan. Weil, hier unten war ich ja, glaube ich, noch nie so richtig. Da dachte ich, warum dann nicht auch gleich das Haus nehmen. Ich wollte gerade sagen, kriege ich das auch nochmal? So Munition habe ich noch nicht im Lager. Ich hoffe mal, der überlebt das hier. Ja, aber jetzt ein bisschen Schaden nimmt. Aber auf dem Weg zu der richtigen Mission, also hier, das ist, Grunde zu zerstören. Oder hier, was, was, also ich weiß gar nicht, wie genau wir das bezeichnen sollen, was wir da überhaupt machen. Die Anlage zu zerstören, auf jeden Fall. Da, ähm, soll ich vorher noch Munition haben, auf jeden Fall. Ah, ich kann nicht mehr fliegen, schade. Also, wie auch so cool. Hier ist Munition, perfekt. Ah, fünf Schuss-Sniper, leider nur ein Magazin. Oh, naja. Äh, da ist Mun. Da ist was, okay. Jetzt hat mich die Frage, wo. Ist das schon markiert, oder ist das schon markiert direkt? Wir sind auf jeden Fall sehr nah. Ja, das ist, ich hab grad gedacht, es wäre da schon, aber nee, ist es nicht. Vielleicht in dem Container, ne? Ja, genau. Was kriegen wir hier schon noch? Ein? Ja. Ah, da. Okay, wo ist denn Frau Barney? Ah, hier ist er, hallo. Ja, darfst du? Aber erst noch ein bisschen Munition mitnehmen. Perfekt. Die Treibhäuser sind jetzt dran, oder? Genau, Treibhäuser. Ich speichere einfach mal. Ja, aber wie erwartet, dass die angegriffen werden hier? Also, irgendwie unregend, dass hier nichts kommt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ist das hier das Airfield, wo wir auch angekommen sind? Mist, der ja eigentlich, ne? Aber wo sollen wir sonst angekommen sein? Da bist du da, hast du auch kaputt, das Flugzeug, oder was? Hm. Dann fahr' ich mal jetzt zu dem grauen oder schwarzen Punkt da auf der Karte. Okay, das ist das normale Coupé, was irgendwie noch im Rauchen ist, angeblich. Also, anscheinend. Mit irgendeinem Söldner der Tortus. Also, die ganzen Szenarien, was wir versuchen, da zu erklären, mit irgendwelchen Unfällen und so, verstehe ich alles nicht, weil, warum sollte der für einen Diamanten fliehen? Also, du kriegst dafür eine Mission von den Leuten 10 Diamanten, 15 Diamanten. Da ist halt einer jetzt nicht so, dass du dafür halt dich selbst töten würdest. Okay, hier ist anscheinend, äh, Flugzeugabschutz, das dürfte nicht der Flugzeugabschutz sein. Also, könnte er theoretisch auch, wo wir einen Freund finden können. Ah, hier ist ein Schakalband. Wie kommt man eigentlich dazu, Waffenhändler zu werden? Bei der Marine haben wir Waffen an die ganze Welt geliefert. 20 Kisten Gewehre für irgendwelche Widerstandskämpfer, um irgendeinen Diktator zu stürzen. Und ich rede hier nicht von Fabrik 9 M16s. Das waren illegale Waffen, irgendwo konfisziert und dann neu verteilt. Ohne Papierkram. Beim Militär lernst du zwei Dinge. Wie man mit Bürokratie umgeht und wie man sie vermeidet. Und so lernst du auch alles über den Waffenhandel. Nach der Entlassung wendest du das Gelernte dann an. Alle Waffenschieber haben so angefangen. Mit dem Verlust illegaler Waffen bei Armeetransporten. Okay. Ich kann nicht, wie viele Schakalbänder es gibt. Wir fangen wahrscheinlich auch bei den Stats hin, oder? Junge. Was auch immer da gerade passiert ist. Das wäre ganz lustig, wenn das Spiel halt auch so eine Schaltanimation hätte. Weil, wenn es schon ein Schalter ist, dann kann man das auch implementieren. Weil ansonsten kannst du das auf ein Automatik-Auto modellieren. Das war knapp. Hey, ich bin gerade so ausgewichen, dem Schuss von dem Gegner. Vielleicht soll ich mal stehen bleiben. Genau an der Stelle, wo er mich schon fast getötet hat. Das ist Ultrasmal. Okay, den Unterschluss haben wir. Dann müssen wir ihn, glaube ich, gleich mal angucken. Weil, bis ich da jetzt hinkomme, da geht auch erstmal Zeit. Ich könnte natürlich rüberschwimmen einfach und dann da hochlaufen, aber... Ich dachte, er mir ist auch was. Aber Büffel ist tot. Die haben noch einen Büffel getötet. Der ist, glaube ich, in mich reingelaufen. Ich dachte, er ist noch nicht einer von denen angeschoben. Wahrscheinlich war es der Büffel, der einfach bei mir gestorben ist. Ah, das kleines Tierchen. Also, die Reparaturmechanik ist sehr cool, weil... Ja. Okay, irgendwas ist hier. Ah, hier unten. Na, super. Jetzt will ich noch wieder einen Weg hoch suchen. Ich hoffe, dass mein Auto nicht spawnt. Ich habe erst knapp ein Viertel aller Koffer gefunden, ey. Ist so ein Mist. Also, die hier hätte ich super gerne in... Also, in sauber und heile und so. Halt, das nicht gebraucht waren... Gebraucht waren Waffe, ne? Genau. Äh... Aber leider muss ich dafür, glaube ich, erst in den zweiten Akt spielen. Muss auch Fan von Großmaschinen werden. Früher war ich gar nicht so ein Fan von Maschinenwender. Da hatte ich immer nur so Lust, alles wegzusnipen. Also, mache ich jetzt ja immer noch genauso, wenn ich es kann. Aber mittlerweile habe ich auch Lust, einfach mal die Leute komplett zu zerballern. So, Karte öffnen. Da unten kann man immer hin. Theoretisch, aber... Von hier sieht es gerade schlecht aus. Da hinzukommen. In der Oasis fahre ich auch noch nicht, ne? Zu meinem, nein. Wie viel haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vielleicht kann aber der Brücke hier noch was? Ist da jemand? Ich sehe keinen. Der sieht auch nichts. Schade. Wo noch? War hier nicht auch ein Sniper hier auf dieser Höhe so? Bin mir nicht sicher. Also, einen habe ich erschossen, sicher. Den nächsten weiß ich nicht. Aber wenn ich hier langfahre, muss ich durch eine Kuba fahren. Habe ich auch gar keine Lust. In Kuba sind wir ein richtiger Scheißort. Hier war ich ja anscheinend schon. Das heißt, ich muss ja einmal mit rumgefahren sein. Ne, hier war ich ja sowieso. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade dran gedacht habe. Aber ich wollte gerade noch irgendeinen anderen Ort angucken. Da unten könnten wir noch hin. Aber aktuell will ich erst mal die Mission voranbringen. Da ist noch ein Munitionslager. Das heißt, im Endeffekt müssen wir gar nicht mehr zum Waffenladen gehen. Vor der Mission, weil wir hier halt einfach auch alles zerballern können. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn man trifft, ist das auch besser zu machen, muss ich sagen. Oh, hier gibt es einen Kampftruck. Ehre. Ich habe ihn einmal schon angeschossen mit der Pistole. Ich habe ihm da nochmal einen Streitfluss gegeben. Mit meiner Sniper. Und er lebt trotzdem noch. Okay. Wahrscheinlich waren das jetzt nur zwei. Das verstehe ich auch schon gar nicht. Ich verstehe nicht, wann, wie viele Gegner wo überall sind. Nur weil es in so weitem auspasst, mindestens drei Leute. Jetzt erschießt sich zwei und da kommt ein Auto angefahren. Oder standen die hier vorhin und hatten euch die mit Einfluss beide gezogen. Das könnte natürlich sein. Also das ist wahrscheinlich doch dran. Ich habe auch nur Glück gehabt und die fanden halt beide direkt voreinander. Aber dass ich ja beide in den Kopf geschossen habe. Vor allem mit dieser kleinen Pistole über die Entfernung. Und hallo Großvater Schock, ey. Lecker. Also sonst bin ich auch, es hat Fisch mich auch noch angesprochen, als ich immer erzählt habe. Einer, der nicht auf die DLC-Autos so steht, weil ich es halt meistens so leicht, aber ich mag dieses Auto wirklich gerne. Da ist ein Waffenladen. Ich wollte gerade aussteigen und die hier abschießen, aber nur das sind ja, äh, ist ja ein ganzes Maler Waffenladen hier. Was ist aussteigt? Ich wollte jetzt ins Maschinengewehr gehen. Also wir müssen hier rechts abbiegen. Der fällt so leicht um, dieser Wagen. Aber gut, der ist echt hoch. Aber ich mag ihn immer noch echt gerne. Also ich würde es ja cool finden, wenn DLC-Autos nicht immer so extrem stark am Anfang werden, sondern einfach eine coole Alternative, dass sie vielleicht minimal stärker sind und dass sie halt irgendwie lustige Eigenheiten haben. Wir sind noch nicht kaputt, ne? Der ist schon, aber gut, ich habe auch ziemlich viel in die reingesprayt, weil es doch ein bisschen sehr wackelig war, dass das nächste Lager schon. Okay. Es kann natürlich sein, dass ich den Auspaß jetzt schon gemacht habe und die zwei Leute einfach... Okay, da ist noch einer, weil das ist, weil Leute einfach ins Auto gestiegen sind, die zwei weiteren. Wo ist hier ein Scharfschütze? Habt ihr keiner vor? Cool, dass ich mich sehr vollgeheilt habe. Das verschiehend. Manchmal habe ich dann noch so einen minimalen Fitze Leben, den ich nicht sehe? Oder wieso heile ich da nochmal wieder voll? Ich muss sagen, ich fahre einfach mit dem Ding da rein und guck mal, was hier passiert, ne? Kabani, wolltest du das, finde ich, alles weg machen? Au! Au! Auf meine Fresse, diese Waffe! Auf meine Fresse, diese Waffe! Oh! 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 Was ist das jetzt? Hat er gerade eine Explosion abgefallen, der Truck? Absoluter Ehren-Truck... Wo kommt ihr von mir alle her? Das war falsch, die jeweilige. Also gefühlt habe ich immer das Gefühl, dass ich von hinten angeschossen werde. Wollte schon wieder die falsche Tasse drücken, also ich habe schon wieder die falsche Tasse gedrückt für Granate, aber ne, ist ja nicht G-Granate, ist ja Q-Granate. So, kurz nachladen. Also, Quaban, du wolltest es hier entlauben, wo? Entlaubung. Wir sollen hier Rohre zerstören, nicht das, was ich hier vorhabe. Ich weiß nicht, ob hier noch einer am Leben ist, aber hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ich fahre jetzt mal noch da vorne und sammle das Ding ein. Das ist ja besser, als ich dachte. Hier muss ich auf jeden Fall rein. Ich würde mich freuen, wo der Eingang ist. Gibt natürlich keinen, genau. Gehen wir nochmal runter. Danke. Für ein, mal wieder. Okay, voll geil sind wir gerade, weil wir uns doch gar nicht so dumm angestellt haben, nachdem wir uns dumm angestellt haben. Gibt die gerade noch jemand geschossen? Ich hätte gerne einen Spiegel, ne? Ist ja echt hilfreich. Zwischen den Treibungen. Okay, wer schießt hier? Irgendwelche Rohre. Na, da ist der Penner. Hm. Achso, hier ist Munition, okay. Ich würde gerade fragen, was gibt es denn hier, was ich aufnehmen kann? Hier sind die Treibhäuser und hier zwischen soll es ja sein. Achso, die Pumpe zerstört. Aber der hat doch gesagt, zwischen den Dingern. Die Pumpe ist hier drin. Was fängst du an? Was fängst du an? Okay, das geht hier alles kaputt. Also, ich hätte das halt vorher gebraucht. Das verstehe ich nicht. Also, klar. Was ist meine Aufgabe eigentlich? Im Treibhaus zu stellen. Okay. Gut, aber wie wir das machen, sehen wir erstmal nächstes Mal. Ich hoffe, es hat gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. So. So.